ja hey Leute was gehen wir kommen zu zweiter Folge von Let's Play GTA 5 so mit dem ist es gehört und in heutiger Folge machen wir mal einen Fallschirm Sprung weiter geht's dieses Deine Land da seht ihr das das ist lockerline t die original aus wie line meine Wette auf mich selber 100 Dollar aber nicht passiert im Endeffekt haben wir umbereit zum spielen eigentlich bin ich bin mein Auge sieht schon wieder so behindert aus man wusste los und das umgehen wird das ist mein Tiefel eh am besten um die Käpte auch so böse ich bin auch noch mal es so bekam wenn ich so gut um hin doch fühle ich unten ist so leint leint und unter den Namen unter den Fähigkeiten ist ein Albo also so Logo das von der Gang und das hat einfach das Leihende Album er als als Logo so das kann sein und in so einer Gang von dieser Hand auf Blatt drin weißt du ja wohl nur um den Ideen vorstuhl Logo e das Logo will auch keiner hier das EU kann sich immer voll vergessen kann das sein dass du ein bisschen weit oben bis noch also ich meine nicht weit runter und so nicht so weit Höhenmeter untergegangen ist sehr für den Sprung nur 10 Punkte bekommen das war noch ein 15er Schnelligkeit ist nicht alles ja ich will es auch verkackt die Punkte hast du äh 75 glaube ich boah ich hab 5 mehr boah ich hier schon das Ziel das war das übelst kurze Ding nein wieder muss zählen verdammt boah das ist voll abgedrängt ey schon wieder ah ah oh Gott kriegst dein Herz krasse oh nein geiße viel zu früh gelandet jetzt 0 Punkte Gesichtsschlatscher minus 5 Punkte nie beendet oh Arschlecken lass nochmal eine das ist lustig ja ersten hast du gewonnen zweiten ich ja 1200 immerhin boah einfach fast 3000 Euro an dich gespendet 2037 Euro hab ich war doch Ohrringe ne das ist so ein Headset Headset Ding warte das war gefällt mir sehr gut Klippen das klingt gut Klippen Klippen wir wollten mehr Leute wie wir das machen könnten ja alle können ja bald mitmachen so 4 3 bis 4 wäre geil hm hab drei bock auf andere Leute zu warten spiel es einfach naja es ist jetzt leint die album schon ziemlich ja gut geil oder geil schon sagen da kann man schon mal ich habe ich mache eine wette ich mache jetzt mal 200 als wette noch 100 aber natürlich auch 100 wir sind mehrere wir sind mehrere drei von fünf bin ich siehst du das kann das alles in mehrere sind hoffentlich 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 ich hoffe sind mehrere ja wir sind auf jeden Fall mehrere oder ich sie dich ja ich so wusste mich ja ich so wusste mich ne wir sind nur zu zweit hallo mir wurde aber gerade alle zeich drei von fünf ist ein bisschen verwirrend boah du musst im sturzflug runter schaffst du den gar nicht krass ey du bist so schnell ne du musst im sturzflug und sonst schaffst du den nicht boah das ist halt schwer ey das ist ein richtig schwieriges ja da musst du bis die kurven nehmen das schafft man aber es ist schwer so laune 2 und 10er scheiße ja ich auch das war glaube ich ein fuffi ja ein 15er 5 wie 1.000 war glaube ich nur ein 10er boah ey du wackelst auch so unnormale rum irgendwie weil du drückst die ganze zeit wild darauf hoch auf der schaffst du in der hoffnung du kriegst die dinger noch richtig weißt ich schon das ende du auch nein ja ich sehe es aber du hast 5 mehr weiß ich nicht mehr boah hier wird es schwer richtig landen das ist jetzt die kunst jetzt vor uns vor uns vor uns ja und ja ich bin immer zu schnell am ende deswegen schaffe ich nie die richtige landung jetzt kommt meine geile gewinn aktion aber 2000 für ein so ein job ist schon gut und 200 ep geht auch voll dafür dafür nur zwei minuten oder so geht jetzt jetzt ist sie wirklich du das nochmal machen steiniger weg dann b im rucksack aber die hülle wäre bestimmt auch geil gewesen ja das war immer jede folge ein anderes ding machen wir haben ja irgendwie fünf oder sechs verschiedene teile die wir machen können ich kann darauf auf die anderen zu warten du bist fitness fan sind rechtlich und kannst mittel gut schießen ich mach wieder 100 euro platzieren das ist alles richtig weil zum spiel ist das dieses 9 von 10 was bist du siehst du das keine ahnung was da losgeht aber gut gewonnen 1 verloren zwei würde es da wirklich auf die schuhe die sind ein bisschen und ich habe aber nicht auszeichnung ziel sich ja okay das heißt das musste den übelsten sturz wieder machen oder am ende abfangen ob ich so viel zu zeitig den fall ich ziehe immer direkt am anfang ich ziehe immer direkt am anfang echt ja wo muss ich hin nein ich habe eins verpasst und dann umdrehen da muss das nächste ziel ich glaube ich bin jetzt ja ich bin raus da schon gewonnen wo ich lang fliege es ist der richtige weg die du fliegst ja okay das auch nie beendet oder erst noch mal dieselben machen einfach ja ich habe auf einmal ich habe auf einmal nicht mehr gesehen wie sie muss auch nicht trotzdem 270 euro und trotzdem 100 ep das ist krass gleich level 27 und entschieden oder angenehm youtube-channel ist immer 50 rp du dass du bewertest man schon mal machen wir überlegt man jetzt 10 jobs macht das schon 5 vor der fähig geht ja und eine neue taktische ausrüstung kein bock wieder auf andere zu warten let's go trampel bist du okay die 100 euro wieder mal zum spielen gewonnen zwei verloren zwei das kann ich nicht auf mir sitzen lassen hey wie soll ich jetzt zwei gewonnene kann ich ein gewonnen zwei verlorene vielleicht ja wegen unentschieden ja was macht er eigentlich keinen sinn sie wäre eigentlich eher verloren aber gut wie schön über Lux gemacht haben ich würde es mal jetzt war sie wenigstens wo ich muss ich auf die karte ein bisschen achten muss ich habe es mal den falschen verhältnis wie sie gesehen für mich zumindest spät aufgemacht dann gleich rechts und dann wackeln ich struggle hier gerade hart schaffe ich wieder nicht ich habe einen gemisst ich bin so übelst knapp über diesen hügel darüber ja bei mir auch der baum dieses scheiß drecks dinge das schafft man nicht zu landen das ist zu kurz man schafft das nicht das ist normal versuchen da schafft man nicht das rennen das schafft man einfach nicht hast du es gesehen ich war total ich war total weit oben man schafft das nicht ich bin so ein baumrennen geflogen ja ich habe ich gesehen aber hast du bei mir das gesehen oder ich war ich habe genau in der mitte des rings aber ich hätte gar nicht mehr daumen runter gar nicht mehr genug Prozent und irgendwie drüber zu fliegen was man andere jetzt nehmen schämtchen öffentlich eine zwei schafften wir doch wo er zwei das ist jetzt folge drei bei dir schon wie ist das keine ahnung 10 oder so jeden wo wir mal spielen sehr gut fitness fällen ist alles okay die ist auch mal ins gym mal zu spielen aber das letzte rennen konnte man gar nicht schaffen wenn du es alle gekriegt okay aber am ende war ich viel zu niedrig dass hier das ziel erreichen können ja ich auch sie dass ich sehe dass die fahne der besucht das schaffst du das schaffst du nee nee das schaffst du nicht das ist mal kann das mal losgehen aus versehen wieder auf nicht bereit geklickt oh ja nee oh nee fing mir mit stress sekunden verloren eh ey mann 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 immer wegen mir weil ich muss mir halt dich hochladen muss ey oh nee Leute muss direkt den Fallschirm zieht das wird das nichts hast du mitbekommen heute ich denke mir so was oh ja 15 heute gleich rüber nein 10 punkte aktiv oh ich schaffte es nicht so weit rüber nice nein schon wieder bis 10 ey das ist irgendwie schwierig grad ich muss mich daran übelst konzentrieren boah ey ne die mäßig die mäßig die mäßig ne doch nicht gleich wird's tödlich ich sag's dir der Fallschirm abwerfen ja der ach du scheiße oh das macht die übelst laune und dann zünden wie macht man das mit links klick ich glaub ja boah ist das geil nein nein das hab ich doch oh die hast die beide gemisst oder ich muss dann extra runde drehen oh fuck alter das ist so scheiße alter da haben wir noch 10 punkte ich mach grad auch ne extra runde boah das war übelst krankes level also ob ich da jetzt gestorben bin ey das ist doch so lächerlich ich auch nicht im ernst oder was ist das denn für ein schwachsinn ey aus 2 metern stirbst du willst dann lass das noch mal ruhig diese folge noch machen das war lustig okay du kriegst bestimmt 5000 wenn du gewinnst aber das ist ja wohl lächerlich da könnte man ja wenn beide sterben könnte man ja wenigstens die höchste punktzahl werten ja an sich war das level aber gut ja das stimmt aber das ist trotzdem hartnervig irgendwie erstmal immer stirbt von frage ich meine wie man es gibt 15 punkte landung ist das höchste du musst beim letzten mit einem sturzloch irgendwie runter und dann abbremsen ja wenn du mit vier fünf leuten bist macht das bestimmt richtig bock mit fallschirm springen ja du platzierst nie wette kann das sein bitte du platzierst nie wetten kann das sein aber selten ich mache immer ich mache immer 100 euro nur dann kann man ja nicht viel verlieren oh fuck man muss links klicken aber kann das sein dass da kein charakter so ein bisschen verpixelt ist grad also an den rändern so wüsste ich jetzt nicht aber ich hab's gut eingestellt sieht da irgendwie bissle nervig aus na gut 1 10 wieso ok 90 hab ich ok 105 schau ich schau ich die aber ich schließe ich falsch im droppenmann hab ich grad eben nur 10 bekommen bei mir auch einmal oh ist das geil Geschwindigkeit ist nicht alles mach dir fällt schon mal auf hier ist ja ganz schön man sehen würde wie schnell man ist ja eine runde drehen oder du straight durchrammeln ehrenlos scheiße schaffe ich nicht mal 5 mal 5 ey mach ich verkackere sie gewusst das wird nichts bei mir schon wieder gestorben was ist das denn habt ihr gesehen habt ihr gesehen wie langsam ich war nein verarschend lächerlich also das ist ja total schwer wahrscheinlich stellen wir uns einfach nur doof an aber ja ich glaub auch aber ja guck mal ich hab alle gekriegt den letzten habe ich gemisst 1 5 punkte aber ich hab gebremst am ende und musste wieder hoch weil ich gar keine weil ich sonst auf den boden geklatscht wäre ich wollte einfach den Daumen hoch geben so noch einmal äh nächste Folge oder machen wir nächste Folge ja ok machst du die abmoderation ja wenn es euch gefallen hat ist ein Daumen nach oben da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder haut da rein jo tschüss